Bhagavad Gita, erstes Kapitel, die Armeen auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra. Vers 1 Dritharashtra sagte, O Sanjaya, was taten meine Söhne und die Söhne des Pandu, als sie sich an der Stätte der Pilgerfahrten in Kurukshetra versammelt hatten und danach verlangten zu kämpfen? Erklärung Bhagavad Gita ist die viel gelesene Schrift der Wissenschaft von Gott, die in der Gita Mahatmaya, Verherrlichung der Gita, zusammengefasst ist. Dort wird gesagt, dass man die Bhagavad Gita unter der Anleitung eines reinen Geweihten Shri Krishnas sehr sorgfältig studieren sollte und versuchen sollte, sie frei von subjektiv motivierten Interpretationen zu verstehen. Wie die Bhagavad Gita zu verstehen ist, wird in der Gita selbst gesagt. Man muss diese Lehre wie Arjuna aufnehmen, der die Gita direkt vom höchsten Herrn hörte. Wenn jemand in der glücklichen Lage ist, die Bhagavad Gita in dieser Nachfolge der geistigen Meister ohne eigene Interpretation zu verstehen, lässt er alle Studien der vedischen Weisheit und das Studium aller Schriften der Welt hinter sich. Man wird in der Bhagavad Gita all das finden, was in anderen Schriften enthalten ist. Aber der Leser wird auch Dinge erfahren, die an anderer Stelle nicht zu finden sind. Das ist die besondere Bedeutung der Gita. Sie ist die vollkommene Gotteswissenschaft, weil sie direkt vom höchsten persönlichen Gott, Shri Krishna, gesprochen wird. Die Themen, die von Dritarashtra und Sanjaya besprochen wurden und die im Mahabharata beschrieben sind, bilden die Grundlage dieser bedeutenden Philosophie. Man muss verstehen, dass diese Philosophie auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra offenbart wurde, das schon seit den längst vergangenen Zeiten der vedischen Kultur eine heilige Pilgerstätte ist. Sie wurde vom Herrn gesprochen, als er auf diesem Planeten persönlich erschienen war, um die Menschheit zu unterweisen. Das Wort Dharmakshetra, ein Ort, an dem religiöse Rituale vollzogen werden, ist bedeutsam, weil auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra der höchste persönliche Gott auf der Seite Arjunas stand. Dhritarashtra, der Vater der Kurus, hatte am endgültigen Sieg seiner Söhne starke Zweifel. Und so fragte er seinen Sekretär Sanjaya, was taten meine Söhne und die Söhne Pandus? Er wusste, dass sich sowohl seine Söhne als auch die Söhne seines jüngeren Bruders Pandu auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra zu einer Entscheidungsschlacht versammelt hatten. Aber dennoch ist seine Frage von Bedeutung. Er wünschte keinen Kompromiss zwischen den Vettern und Brüdern und wollte über das Schicksal seiner Söhne auf dem Schlachtfeld Gewissheit haben. Da es so arrangiert war, dass diese Schlacht auf der geheiligten Erde von Kurukshetra gekämpft werden sollte, dass an einer anderen Stelle in den Veden als eine Stätte der Verehrung selbst für die Bewohner der himmlischen Planeten erwähnt wird, war Dhritarashtra über den Einfluss des heiligen Ortes auf den Ausgang der Schlacht mit großer Sorge erfüllt. Er wusste sehr wohl, dass die Pilgerstätte Arjuna und dessen Brüder günstig beeinflussen würde, da sie alle von Natur aus tugendhaft waren. Sanjaya war ein Schüler Vyasas, und daher war er durch die Barmherzigkeit Vyasas befähigt, das Schlachtfeld von Kurukshetra intuitiv vor sich zu sehen, obwohl er sich im Zimmer Dhritarashtras befand. Somit befragte ihn Dhritarashtra über die Lage auf dem Schlachtfeld. Obwohl die Pandavas und die Söhne Dhritarashtras derselben Familie angehörten, behauptete Dhritarashtra dennoch in böser Absicht, dass nur seine Söhne Kuruks seien und schloss die Söhne Pandus vom Familienerbe aus. Man kann somit die besondere Position Dhritarashtras in seiner Beziehung zu seinen Neffen, den Söhnen Pandus, verstehen. Schon jetzt zu Beginn kann man ahnen, dass genau wie in einem Reisfeld die überflüssigen Pflanzen ausgerissen werden. Auf dem geheiligten Feld von Kurukshetra, wo der Vater der Religion, Shri Krishna, anwesend war, die unerwünschten Pflanzen wie Dhritarashtras Sohn, Duryodhana und andere vernichtet werden würden und den religiösen Menschen, angeführt von Judishthira, vom Herrn die Herrschaft übertragen werden würde. Dies ist die Bedeutung der Worte Dharmakshetra und Kurukshetra, wenn man sie einmal losgelöst von ihrem geschichtlichen und vedischen Inhalt betrachtet. Das war's mit dem Halt. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020